Einen wunderschönen guten Morgen mein Lieben, mein Name ist Gigi aus dem Crypto Café. Das Thema heute nämlich die neue Fluid Decks und ob sie wirklich tatsächlich so wie angekündigt die nächste DeFi Revolution auslösen wird. Wir fangen an nämlich mit der Geschichte von Fluid, bevor wir hier drauf eingehen, nämlich woher kommt Fluid Decks. Und da sind wir, also besonders ich selbst, über DeFi Lama drauf gestoßen 2021. Das war damals eines der Top 5 DeFi Ex gewesen und ich habe gedacht, ich habe noch nie davon gehört, wie kommt das? Da habe ich mir angeguckt. Es war leider nur auf dem Mainnet gewesen, aber tatsächlich war es in der Größe ähnlich in der gleichen Klasse wie Aave, Compound und Curve gewesen, also über zwei Milliarden TVL. Und in der Zwischenzeit bis heute haben die einiges an weiteres Produkte rausgebracht. Also Avocado habe ich auch angetestet. Eines der ersten, allerersten Smart Contract Wallets gewesen, war nicht so einfach gewesen zu benutzen. Aber dann nehme ich zum Anfang 2024, das ist noch nicht so lange hier. Ihr seht hier Februar 24 wurde Fluid gelauncht und Fluid könnte man sagen, okay, auf dem ersten Blick so mehr oder weniger wie Compound. Das heißt, ihr habt immer Vaults, ein Asset als kollateral wie eine Bank. Gegen ein bestimmtes Asset könnt ihr bestimmt anderes Asset ausborgen. Noch nicht mal was Besonderes. Aber was damals schon aufgefallen ist, die haben dahinter eine sehr, sehr effiziente Liquidations Engine gewesen. Und daran kann man auch sehen, dass am Anfang die TVL ziemlich schnell angewachsen ist. Innerhalb zwei, drei Monaten sind die auf 400 Millionen hochgeschossen und seitdem ziemlich stabil bei 400 Millionen. Da könnte man sagen, sieht tatsächlich was gut aus. Aber wenn man das mal vergleicht mit Aave, wir haben hier Aave und Aave ist auch seit Anfang des Jahres ziemlich stark angestiegen von drei Milliarden, aber immer weiter steigend. Und da könnte man sagen, gut, haben die vielleicht tatsächlich ihre obere Grenze erreicht, dass die Leute, die bereit sind, für mehr Rendite, auf Fluids zu migrieren und dann nicht weiterzugehen. Und das müssen wir natürlich langfristig sehen. Und das Ding ist natürlich bei Liquidation, gerade wenn wir in Bullmark hineingehen, sind natürlich viele, sag ich mal, eher vorsichtig. Und man kennt das, Aave, diese Loan-to-Value-Geschichten, dass man nicht zu nah dran gehen sollte, denn gerade bei Aave, aber auch bei anderen großen Banken, Online-Bound-Chain-Banken ist ja natürlich so, wenn ihr liquidiert werdet, dann generell mehrere Prozente. Ich habe tatsächlich in meiner ganzen Karriere eine einzige Liquidation erlebt. Und das heißt, wenn man natürlich auf den falschen Pferd gesetzt hat, kann man ohne weiteres direkt mal drei oder fünf Prozent verlieren von dein Assets. Und das ist natürlich schmerzhaft und deswegen gehen eher Leute weniger Risiko ein. Und da ist es natürlich eine der größten Stärken bei Fluid. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie die im Hintergrund ihren Assets, liquide Assets aufgebaut haben. Und da hinein spielt nämlich die Decks gleich, deswegen als Vorgeschichte. Und bei Fluid posten die regelmäßig, wie Liquidation mit 0,1 Prozent durchgehen. Das heißt, die Leute, die tatsächlich an ihre Liquidationsschwelle dran kommen, werden nicht einfach mal zwei, drei Prozent liquidiert, sondern einfach nur 0,1 Prozent. Gerade so viel, dass sie wieder im grünen Bereich sind. Und diese hocheffiziente Liquidations-Engine ist nämlich ein Teil von dieser Decks, also eine Besonderheit von den Decks, die die jetzt rausgebracht haben. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, na gut, warum hat noch niemand andere außer Fluid Decks, das ist ja die erste Bank plus Decks zusammen und haben hier ein Produkt rausgebracht. Das ist halt natürlich was von vornherein. Ich denke, die haben das schon direkt bei der Erstellung der Decks, bei der Fluid, die Bank im Sinn gehabt, dass die das als ein einziges Produkt rausbringen wollen. Das zeigt man auch, dass aktuell die noch nicht mal eine Oberfläche haben zum Swappen. Man könnte natürlich denken, ja gut, Decks, wo ist die Oberfläche? Ich will das direkt testen. Nein, das gibt es nicht, denn das ist praktisch in diese Bank mit hineingebaut. Und zusätzlich natürlich die ganzen Aggregatoren sind aktuell alle angebunden. Und das ist nämlich auch diese hocheffiziente Teil davon. Denn was sagen die? Die sagen, na gut, was ist das größte Problem bei bisherigen Decks? Decks haben das Problem, dass sie nicht schaffen, Liquidität bei sich zu binden, wenn die nicht genügend Rendite abwerfen, entweder in Form von eigenen Token oder weil genügend Volumen darüber laufen, wo drüber die Fees abgewickelt werden. Und man weiß, typischerweise bei nicht konzentrierter Liquiditätspools sind die so niedrig, da muss man einfach Token ausschütten. Sonst bleibt niemand da. Und selbst wenn das konzentriert ist, wenn man die Risiken auch komplett außen vor lässt, kommt man gerade mal so in den Bereich hinein, wo die Leute sagen, okay, die Opportunitätskosten sind für mich persönlich wert. Konzentrierte Liquidität ist ja ein Spiel, wie Münzen werfen, 50 Prozent der Zeit. Aber die meisten Leute sind nun mal nicht schnell im Gewinn drin oder schaffen das nicht richtig aufzusetzen. Deswegen ist es also was mich persönlich sehr, sehr beschäftigt. Und deswegen ist es schwierig für eine Decks normalerweise Liquidität anzusammeln. Und da haben die sich gedacht, na gut, was machen Banken am besten wie Arbeit? Nämlich Liquidität anzusammeln, weil dort die Leute ihren Geld parken für eine geringe Rendite ein paar Prozent. Und deswegen haben die natürlich zuerst Fluid rausgebracht und die Decks praktisch da drauf aufsetzen. Das heißt, an dieser Stelle sagen die, na gut, statt den Leuten Geld zu bezahlen, ja, oder hohe Volumen irgendwie über eine Oberfläche zu generieren, packen wir das einfach so, dass wir in die Bank das Wind hineinbauen. Und das ist deren größte Stärke, wo die sagen, das ist eine Innovation. Denn man muss nicht mehr an dieser Stelle sagen, hey, kommt bitte mit eurem Geld zu uns, ihr bekommt hier bezahlt, sondern man sieht das heute schon, dass auf deren Bank die Rendite viel, viel höher ist als auf AW und Co. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die ersten 400 Millionen zudem gewandert ist. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu der Decks, was da besonders ist. Und das kann man zum Beispiel sehen in der Decks, wenn ihr auf die Seite geht, die haben das aktuell nur für wenige Assets, nämlich Blue Chips und natürlich auch für hochkorrelierende Assets. Und die sagen, zukünftig werden noch vieles mehr nach und nach dazu freigeschaltet werden. Und das ist der Grund, warum das so funktioniert, nämlich über Smart Lateral und Smart Debt. Das sind einfach nur zwei Begriffe, die darstellen sollen, wenn ihr dort hinein opt, die haben unterschiedliche Pools dafür und ihr müsst das nicht. Und dann seid ihr an der Stelle, benutzt ihr die Bank zwar, aber ihr seid gleichzeitig auch Liquidität Provider. Warum? Smart Debt heißt nichts anderes, wie im Hintergrund ist eure Position nicht ein einziges Asset, sondern in der Regel zwei unterschiedliche Assets. Wir nehmen einfach mal das Beispiel an Wrapped STIs gegen Ease zum Beispiel. Wenn ihr an der Stelle Wrapped STIs typischerweise deponiert und Ease ausbaugt, wie man so kennt, und dann Ease wieder in Wrapped STIs reinschmeißt, um das Ganze zu loopen. Aber es ist früher so, früher habt ihr auf der Seite der Sicherheit nur Wrapped STIs, auf der anderen Seite des Darlehens nur Ease. Das ist diese Wrapped, also Sicherheit und Schulden. Und mit Smart heißt nichts anderes, wie eure Wrapped STIs, was ihr hinterlegt habt in der Bank, das ist ja praktisch das, was ihr gemacht habt, kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt nicht nur auf Wrapped STIs bestehen, sondern aufs beiden Assets, Wrapped STIs und natürlich auch Ease. Und das ist dieser Vorteil. Das heißt, ihr sagt, okay, ich will für zwei Prozent mehr Rendite tatsächlich, bin ich bereit, beide Assets gleichzeitig zu halten, weil die sind sowieso fast gleich. Und auf der anderen Seite, für mein Darlehen, das ist genauso. Für die Schulden will ich nicht die drei oder vier Prozent zahlen, sondern nur ein oder zwei Prozent. Denn gerade auch für Schulden, sagen die auch Smart Debt, also smarte Schulden, heißt nichts anderes, wie ihr habt nicht ein einziges Assets als Schulden, sondern zwei Assets, die im Hintergrund gehalten werden. Und der Vorteil ist natürlich, solange dies der Fall ist, stellt ihr die Liquidität, die ihr deponiert habt in dem System, gleichzeitig anderen Leuten, die im Hintergrund, das ist aktuell eben über Aggregatoren angebunden, vielleicht kommt noch eine eigene Oberfläche von denen dazu, darüber zur Verfügung. Und darüber laufen eben sehr viel Volumen. Da haben die zwar hier einiges an Stats gepostet, was da alles drüber gelaufen ist und zwar hocheffizient. Und das sind aktuell schon vier oder fünf Aggregatoren darüber angebunden. Links lasse ich euch unten, könnt ihr gerne nochmal nachgucken. Und das sind tatsächlich sehr, sehr gute Zahlen. Und das spiegelt sich auch hier in der Statistik wieder. Erstens natürlich die Volumen hier. Und zweitens natürlich, ihr seht hier, nämlich, das ist nämlich die Werte, wo drüber die Assets laufen. Das heißt, wie gut sind tatsächlich die Preise? Und was sieht man hier? Alle anderen, die größten Bubbles hier natürlich sind Uniswap, das heißt, die Volumen dort sind extrem hoch. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, ihr habt die Hälfte aller Swaps, die unter Null-Linie sind. Das heißt, da kommen die Leute doch schlecht dabei raus, also als Liquidität Provider, als die tatsächlich sein sollte. Und das ist nun mal so. Manche sind Gewinner, manche sind Verlierer und nicht alle können Gewinner sein. Und genauso bei allen anderen sieht man die Verteilung fast selbte Hälfte immer oberhalb der Null-Linie und unterhalb. Das heißt, alle Decks sind mehr oder weniger Null-Summen-Spiele. Natürlich viel zwacken die ab. Das heißt, es gibt immer Gewinner und Verlierer. Aber da die an dieser Stelle, diese hochefiziente Bank und natürlich zu der die Aggregatoren bei sich angebunden haben, können die ja selber diktieren darüber und über die beiden Quellen, wann die Swaps bereitstellen oder zu welchen Preisen die Swaps bereitstellen. Und ihr seht hier, das sind diese zwei kleine Punkte hier, die sind komplett über der Null-Linie. Das heißt, bei Fluid über die Decks gelaufen, sind alle Trades im positiven. Das heißt, die lassen nur die beiden ersetzen einander übereinander swappen, die ja Smart Debt oder Smart Collateral habt, wenn tatsächlich die Kurse gut sind. Das heißt, die Zinsen, die dabei raus springen, sind real. Das sind reale Werte, die zu den Leuten, die bereits in Smart Debt oder Smart Collateral bereitzustellen, hineinfließen. Und das ist eben die Besonderheit an dieser ganzen Decks Geschichte. Ja, ob sich das langfristig bewährt, das müssen wir noch gucken. Da kommen wir im dritten Teil noch dazu, diese gewissen Risiken dazu. Momentan sieht es sehr gut aus und da es aktuell nur erst mal gerade eine Woche alt ist und ein paar hundert Millionen an Volumen drüber geflossen, heißt auf jeden Fall, das wird aktuell angenommen und durch die Anbindung zum weiteren Aggregatoren und zusätzlichen Indexes, die im Hintergrund, die auf dieser Liquidität, das sind ja 400 Millionen an Liquidität, theoretisch zugreifen könnten, werden alle hinein opten. Das ist nochmal zusätzlich deren Stärke. Ihr müsst nicht diese zusätzlichen zwei, drei Prozent Rendite abgreifen, wenn ihr sagt, hey, ich will dieses Risiko gar nicht eingehen, das im Hintergrund zwei Assets, denn zwei Assets ist nun mal mehr Risiko als ein Asset darstellt, dann müsst ihr es nicht. Da kann man auch darauf verzichten. Der Vorteil ist natürlich, wenn ihr sagt, hey, wenn man Darlehen aktiviert, diese Smart Debt-Geschichte, reduziert ihr die Zinssätze, die ihr zu zahlen habt. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze und natürlich wirklich evolutionär. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die mich an der Stelle noch ein bisschen stören. Denn das Ganze hat als allererstes natürlich mit Kaiba angebunden. Kann auch an meinen persönlichen PTSD sein. Wie ihr wisst, ich wurde auch 2003 ziemlich mitgenommen bei dem Kaiba Hack. Natürlich die Kaiba Dex ist nun nochmal was anderes als Kaiba diese Farming Plattform, denn über die Dex wird ja keine Liquidität deponiert. Das ist dann einfach nur eine Engine, die in und out macht. Und trotzdem, Kaiba war tatsächlich einer der Ersten, die Fluid schon angebunden hat, bevor die gelauncht sind. Man könnte da vielleicht hinterher was vermuten, ich sag mal, vielleicht ist es mein persönlich Paranoia, könnte man theoretisch auch beiseite stellen. Das nächste ist natürlich das Problem, wenn man sagt, naja gut, wenn das so viel drüber läuft, warum ist es aktuell nur dieser Stablecoin und Wrapped STIs? Denn, und das ist eben meine persönliche Vermutung, diese Engine für hochkorrelierende Assets, Stablecoin, Stablecoin oder natürlich Wrapped STIs in Ys, funktioniert das gut. Denn wenn ihr statt ein Assets zwei Assets auf jeweils der beiden Seiten Sicherheit oder Darlehen haltet, ist es nicht wirklich schlimm. Wenn jemand wirklich raus will, kann theoretisch im Hintergrund ohne weitere seine zwei Assets wieder in ein Assets geswappt werden und er damit rauskommt. Aber wenn man dann anfängt, Assets, die nicht mit einer hochkorrelieren, miteinander zu verbinden und dann zu ermöglichen, das ist natürlich eine Risikoklasse viel, viel, viel höher. Sie natürlich an der Stelle Aave, Compound und Co. alle haben, weil die dort eben das ermöglichen. Und da müsste man natürlich sehen, inwiefern die Decks, wenn die das ermöglicht haben, zukünftig auch wirklich schaffen, weiterhin diese hoche effiziente Liquidität Engine und natürlich auch die bei sich gelagerte Liquidität zu nutzen. Und dann haben wir nämlich noch das hier als Problem. Der eine oder andere sagt, das ist vielleicht ein einfachen Glitch in der Matrix. Ich sage mal, in der Krypto, sowas sollte es nicht geben. Ihr wisst, ich habe am Anfang gesagt, InstaDebt zwei, drei Milliarden, damals eine der topen Protokolle auf Ethereum und mittlerweile ist es nicht mehr vorauf zu finden in DeFi Lama. Da könnte man überlegen, gut, das ist vielleicht ein Problem auf DeFi Lama Seite, aber man muss verstehen, DeFi Lama ist eine Open Source Plattform. Das heißt, jeder, das heißt, ich könnte auch ein Protokoll erstellen und mich morgen bei DeFi Lama reinbringen. Denn man muss nur diesen Adapter, das ist praktisch wie ein Template, den man vorgefertigt hat, ausfüllen, wo sind meine Contract-Adressen, wo sind meine Pools, das reicht man bei DeFi Lama in Discord über, an die Leute dort und dann ist er in der nächsten Stunde das Ding live auf DeFi Lama. Warum pflegen die nicht ihre eigene Seite auf DeFi Lama? Da könnte man schon ein bisschen grübel kommen. Als top Protokoll mehrere Milliarden TVL, wo ist das hin? Vielleicht, keine Ahnung. Und dann nehme ich noch das hier, die Security. Das heißt, die haben zwei nicht schlecht, das sind keine schlechte Security-Unternehmen. Es gibt natürlich Mist in der Security-Branche, was sie sagen, aber es gibt auch mittlerweile einige gute. Aber zwei Audits für etwas, was natürlich großartig neu angepriesen wird und natürlich auch zusätzlich mit hunderte Milliarden an TVL, da wäre ich vorsichtig bei dem Ganzen. Das Gute ist immerhin, die haben gesagt, oder zumindest versprochen, das Ganze wird nicht offiziell bleiben, sondern auch demnächst expandiert werden auf Layer 2. Ihr wisst, ich bin nur auf Layer 2 unterwegs. Wenn es soweit ist, werde ich das definitiv nochmal in eine ausführliche Länge testen für euch und entsprechend auch eine Sendung dazu machen. Bis dahin kann ich nur sagen, sieht sehr, sehr gut aus als komplett neue innovative Ansatz in der DeFi Welt, das ganze Problem zu lösen mit Liquidität, mit Swaps im Hintergrund und hocheffizienten Liquidations-Engine. Aber die Sicherheit geht nun mal vor und ich würde nicht alles in einen Korb setzen. Und auf jeden Fall passt auch euer Geld auf, wohin ihr geht und nicht einfach der größten Rendite in der Jagen, vor allem wenn wir schon dabei sind, über Banken zu sprechen und auf der Blockchain. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist sie aus dem Gutecafé. Ciao, ciao.